Da gibt's heute Abend Affenprikassee. Ja, bitte drehst du dich im Kreis, weil hier... Ist das was Feines? So, einen Moment eben. Telefon. So, sorry, weiter geht's. Hat jetzt etwas länger gedauert, aber... Wir schießen mit dem da. Das mal ab. Und... Es geht irgendwo hin, weiter. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir weiterhin alle Geheimnisse finden. Ob wir weiterhin alle Geheimnisse finden. Okay, hier geht's rüber, bringt uns aber nichts. Ops. Ops. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war hier irgendwo... Ball. Nein, aber hier oben war Schwert. Fuck! Jetzt stelle ich mich aber, ich dummisch. Dummisch! Jetzt stelle ich mich aber, ich dummisch schon. Ja, äh, pass mal an. Nee, nicht der Ball. Ach Gott, ich hab's zu sehen. Das ist sehr geschert. Ist nämlich, meine ich, hier. Genau. Obwohl's mir halt auch nichts bringt. Oder doch. Ich weiß gar nicht. Muss ich das mitnehmen. Scherpe, äh, no idea. Hier. Ich hab' keine Ahnung. Gut. Wer von der Schwert einfach weg? Brauchen wir bestimmt nicht. Boah Gott, jetzt bin ich schon wieder erschrocken. Ich erinnere mich auf... Habe ich mich das letzte Mal, glaube ich schon. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Und da haben wir einen Frosch. So vier von fünf. Aber irgendwie fehlen uns arg viele Minikits, oder? Füll ich mir das nur ein. Und ich wüsste nicht, mich zu erinnern, dass es noch so lange war. Gerade mal vier. Hm. Okay, wo ist der Robber? Okay. Okay. Ja, irgendwie fehlen uns, wie gesagt, arg viele... Sachen. Ach. Aua. Äh. Versuch ich muss die Bomben nehmen. Was? Eins, zwei, eins. Ach, ich muss... Ah. Weg damit. Ich kann den auch mit... Mit... Essen füttern. Weg damit. Gib mir Essen. Boah. Arsch doch. Ich kann den füttern. Ich kann den füttern. Damit bekomme ich einen Minikit, glaube ich. Hm. Ich kann den füttern. Möck. Komm. Schrei. Hier. Friss und sag mir, dass du ein Minikid mir gibst. Wow. Ich muss wohl doch genau die Bomben hier nehmen. Na komm schon. Das ist die Bombe. Bom Ja, da kriegen wir eine Sache nur mit Blackfield. Fuck. Haben wir nicht. Wir hatten, wir hatten, glaube ich, alle. Aber, Leute, wir haben diese Macht nicht. Damit können wir dieses Level auch leider nicht zu 100% abschließen. Ja. Sechs. Wir können aber leider echt nur neun erreichen. Schade. Aber so ist er. Ah, ist er, ist er. Fuck. Ja, und ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, denn es ist relativ spät geworden gerade. Und wie gesagt, morgen muss das Spiel leider schon weg. Bedingt man, es wird halt morgens schon... Fuck. Fuck. Ach man. Trau mit dem Scheiß hier. Ähm, ja, also... Ja. Ja. Ich will nicht allzu lange machen. Deswegen. Da muss ich mich ein wenig dann doch ranhalten, dass ich das hier versuche, Sinn zu kriegen. Achso, das haben die ja auch gemacht. Was ist das hier? So, schlagen wir mal alles kurz und klein. Was soll mir das gebraucht haben? Nichts. Rein gar nichts. Und nochmal. Okay. 8 von 8. Perfekt. Boah, dann ändere dich doch einfach. Das ist doch irgendwie mit Schwert haben. Danke. Also, wo die Mini-Kids hier sein wollen, ich weiß es nicht, Leute. Ich kann aber schon mal versuchen, mit ihr hier schwimmen zu gehen. Die Sache, ich komme hier durch. Die Frage ist, inwiefern mir das was bringt. Ich habe mir nämlich gar nichts. Oder? War ich hier noch nicht. Ich bin so gerade unsicher. Nee, war ich sogar noch gar nicht, aber... Wieso gibt es hier denn da nichts zu holen? Das war's. Natürlich. MalOR- Vielen Dank.